Der Text war von dem Song, zu dem es auch eine witzige Anekdote gibt, von Avril Lavigne's Skaterboy. Und Skater ist mit einer 8 geschrieben worden und es gibt ein Interview von Avril Lavigne, wo sie sagt, wie crazy das war, dass sie sich gegen den Willen des Managements für diese Ziffer 8 entschieden hat. Und seitdem kursiert das Gerücht, dass sie tot ist und ersetzt wurde. Bitte? Ja, ist so. Das ist genau mein witziges Gefühl. Aber das ist so kurz, okay, wo die Geschichte die Porn hat, bin ich gespannt. Und dann sagst du, die ist tot, das ist nicht die Anekdote Avril Lavigne? Nein, das sag ich natürlich nicht. Ich sag ja auch, die Erde ist rund. Aber es gibt Leute, die sagen, die Bitch musste gehen.